Hallo zusammen, hier sehen wir das neue, brandneue Bianchi Impulsucomp, neues Treble-Modell. Auch hier optional das neue Bianchi Lenkerband verbaut, das etwas dämpft und über ist es ein Wiffier. Hier sehen wir auch integriert alle Kabel, obwohl es eine mechanische Schaltung ist, alle Kabel in den wunderschön hinverlegt. Wir gehen hier aber auch am Oberräumt lang. Sehr schöne Lösung hier, Carbon, Sattelstütze, verschlossenes Plug, Veloman, Sattel von Bianchi mit dem Schlitz, kurze Form, breit, so wie es jetzt gerade aktuell ist. Hier sehen wir die aktuelle Shimano GRX 600er Gruppe, die neue Variante im 12-fach, Fulcrum-Laufräder in Aluminium in Kombination mit dem Pirelli Treble-Reifen. Das ist eine sehr schöne Kombination. Hier sehen wir den Werfer mit der aktuellen Kurbelkombination. Optional auch hier der Bianchi Carbon Flaschenhalter, Side-Load zum Flasche seitlich zu entnehmen. Sehr schick, auch hier gelungen der ganze vordere Bereich, fließende Übergänge, wirklich ästhetisch sehr, sehr schön gemacht. Bei dem Modell Komp handelt es sich um die Einstiegspreislage für die Treble-Modelle mit den Carbonrahmen.